Schuh, schuh, schuh! Schuh, schuh, schuh! Was pfeiftst du denn so? Wie pfeiftst du schon in die Uhren? Sorry! Aber wenn du das nicht hörst... Was ist denn? Du! Ich hab das letzte Mal auf dem Kanal so richtig was Geiles gesehen. Was für Kanal? Ja, ich kann nicht erinnern. Das ist so ein komischer Kanal da halt. Der hat auch so... Kimmi, Kimmi, Schummi, Schum... Schum, Schum, Schuhri, Schum... Chewbacca? Ich denke nicht. Das geht nicht. Nein. Jim, Jim, Jim. Jim Carrey? Nein, Jim Carrey auch nicht. Wie hieß das? Das war so, wo das Zeug immer zeigt. Das nimmt man als ... Ach, du meinst Jimmy Cherry. Ja, sag ich doch. Ja, was ist doch mit ... Mach mal. Ja, kannst du doch gar nicht ... Du, du bist für das Zeug schneidend zuständig. Ja, das kann ich glaube. Und ich besorgte Fleisch. Und du besorgst Fleisch. Okay, coole Idee. Also wenn ich eine richtig leckere Chimichurri mache, dann besorgst du ein richtig gutes Stück Fleisch. Ja, dann hol ich ein richtiges Dry Aged T-Bone Steak. Aber fünf Wochen gerrived. Fünf Wochen gerrived. Okay. Dann gibt es Chim-Chum-Chirul. Genau. Dann machen wir ein T-Bone Steak fünf Wochen gerrived mit Chimichurri-Soße. Und wie dir geht, das zeigen wir euch bei MG Barbecue. Und wir haben es schon gesagt, ohne großes Chichi, dafür mit Chimichurri. Und welche Zutaten wir dafür brauchen für unser T-Bone Steak mit Chimichurri, das zeige ich euch jetzt. Für unser knapp 900 Gramm und fünf Wochen gereiftes T-Bone Steak, welches wir veredeln wollen mit unserem Chimichurri, dafür brauchen wir folgende Sachen. 75 Milliliter Wasser, eine halbe rote Paprika, eine halbe Limette, eine Zwiebel, 150 Milliliter hochwertigstes Olivenöl, 75 Milliliter Rotweinessig, einen Bund Petersilie, zwei Chilischoten, drei Knoblauchzehen, ein scharfes Messer und Salz, Pfeffer, Bräuter der Provence, italienische Tomatenflocken, ungarisches Paprika und HÜA! Neuen Chili Symphonie von Die Grill Show von Spice World. Und wie wir aus den ganzen Zutaten unser leckeres Chimichurri T-Bone Steak machen, das zeige ich euch jetzt. Die Grill Show von Spice World Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Absolutely flawless in every way That's the day I'm having right now I pinch my arm to believe I wish I could stay right here And never leave Wait up, sundown, wait a while I don't want this day to end Wait up, sundown, wait a while Before the night descend Oh, 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 oh All this time Where have you been? I thought I had searched Both without and within I was looking to get wet Standing in the rain That you offered your umbrella And everything changed Wait up, sundown, wait a while Schrumpfmodus aus. Jetzt hat sich doch tatsächlich die kleine Schüssel noch mehr verkleinert. Jetzt müssen wir eine größere holen und umfüllen. Oh, 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 oh Wait up, sundown, wait a while Please make this moment last Oh, 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 oh Wait up, sundown, wait a while No reason to be fast Untertitelung. BR 2018 Das Chimicherry nach MG Art ist soweit vorbereitet, aber damit es richtig, richtig, richtig gut schmeckt, muss es jetzt natürlich ziehen. Mindestens 24 Stunden wandert es jetzt in den Kühlschrank und da geht es jetzt hin. Musik 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 Wir haben es jetzt auf jeder Seite 4 Minuten direkt angegrillt. Jetzt haben wir es indirekt gezogen. Da lassen wir es jetzt drauf, dass wir eine Temperatur von 54 Grad haben. Aber wir haben noch eins vergessen. Genau. Unsere Chimicherry im Kühlschrank und die holen wir jetzt noch in der Zwischenzeit raus und dann hoffen wir, dass das Ding auch bald fertig ist. Musik Circa 30 Minuten sind jetzt rum. Wir haben jetzt 54 Grad. Jetzt holen wir es gemeinsam runter und dann kommt der große Anschnitt. Musik Musik Dann Der Mann mit dem guten Ton. Aber ich würde jetzt sagen, für dieses einfache und geile Gericht würden wir jetzt nicht mehr viel sagen, sondern wir probieren es jetzt einfach, weil ihr plötzlich richtig kohldampft. Und manchmal muss es gar nicht so schwer sein. Ja, das definitiv. Also jetzt würde ich mal sagen, einfach mal aus der Mitte jetzt ein Stück rausgezogen. Aus der Mitte. Richtig schön mit Chimicherry drauf. Das ist richtig, richtig gut. Guten. Butterzart. Hammer. Was ist mir denn das? Geil. Butterzart. Was willst du denn mehr sagen? Also schmeckt sehr geil. Richtig geiles Männergericht. So für abends mal schnell so 900 Gramm T-Bone. Kann man sich schon mal leisten. Vorm Schlafen gehen. Vorm Schlafen gehen. So muss das nämlich sein. Aber ich würde sagen, probiert es einfach aus. Wir labern jetzt aber auch schon wieder viel zu lange, weil wir müssen noch essen. So sieht es nämlich aus. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben dafür. Abonniert. unseren Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und kommentiert. Dann wissen wir, was wir für euch noch besser machen können. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder um 18 Uhr. Am Donnerstag, wenn es wieder heißt, M-G-B-B-B-Q. Und einschalten nicht vergessen. Am Montag, am kommenden Montag, nach dem hoffentlich grandiosen Sieg Deutschland gegen Schweden, werden wir zwei noch einen Livestream machen. Genau. Es wird noch nicht verraten, was wir genau da machen. Aber es wird was richtig cooles. Und wir werden nicht bei uns oben im Büro sitzen. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber auch nicht bei mir im Garten, wie jetzt. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, schaltet ein, wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt. Und es wird was richtig, richtig cooles. Genau. Das hat so auch noch nicht gegeben. Nein. So sieht es nämlich aus. Und dann würde ich jetzt aber sagen, Ciao. Ciao. Ciao.